Hallo und herzlich willkommen zum dritten Mythos Video für Octane. Für den gibt es nämlich tatsächlich viele Mythen und ein Mythos besagt, nach wie vor das Denken tatsächlich. Leute, die dann vielleicht aufhören sich eine Stim-Injektion reinzuballern, kann ich mich mit der Stim-Injektion in den Tod stimmen. Ich habe jetzt hier mal was vorbereitet. Jetzt sind wir hier und ich spamme jetzt die ganze Zeit die L1-Taste. Die Stim-Injektion ist vorbei, jetzt heile ich mich. Es geht nicht. Also Leute, ihr wisst Bescheid, ihr könnt euch nicht in den Tod stimmen, auch wenn das bei der Gesundheit echt überhaupt keinen Sinn macht, eine Stim-Injektion zu benutzen, weil das ist in der Regel definitiv euer sicherer Tod.